So, wunderschön, ja, welcome back to, nein, da wird hier, ja, back to Saturn 2, beziehungsweise back to Saturn X2, meine Rede, vor allem die letzten Levels, und es sind gerade mal die ersten Levels, also okay. Hm. Äh, hallo, wo, 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 hier, blab? Was? Keine Monster, keine Figur, keine Click, gar nichts? Och nö, dann gibt es euch auch wieder keine, äh, Competition. So, wie war denn das? Musik Hmm Hmm Eh tatsächlich was wie war denn das hatte man irgendwie hier also erst mal in den gewissen winkel starten damit das war auch ganz warum sehen wir eins und uns immer so dann muss man mindestens fünf stück genau so war das nämlich weil das problem ist dadurch dass wir um fünf bälle haben teilt er praktisch diese pro gegner so zu viele pro ball so zu viele gegner und diese rechnung geht aber erst dann auf wenn man mehr als oder mindestens gegner hat dementsprechend ja da muss man halt so vorgehen also ich brauche jetzt fünf und da ach was bringt denn da eben mehr als fünf also sechs also gerade eben doch oder so die frage ist wo müssen wir jetzt 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 hin ich meine irgendein ziel muss die mit bär haben es gibt schon mal türen ok interessant vermutlich jetzt wo laufe ich da jetzt lang was ist jetzt hier mein sinn des lebens möchte ich da runter? ne, kann ich gar nicht ja, lass aufs exit ist ja ein bisschen sinnfrei 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 hoffen ich mag das ich mag das oh, die Hütze ach, hier geht's auch noch weiter ne, wo sind wir denn gerade rein? ach ja 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 sehr witzige map finde ich voll nice und so voll witzig ja, aber keine Ahnung was das soll in dem Sinne schau mal vor schau mal vor ja ja ja